Hm. Ich frage mich, warum mich manche nicht akzeptieren. So wie ich bin. Und ich mich verstellen muss. Warum ist unsere Natürlichkeit nicht genug? Ich weiß nicht, wer bestimmt, wie ich mich verhalten soll. Ich lass mir nichts vorschreiben. Aber ich bestimme auch nicht über andere. Aber trotzdem beschäftigt mich dieses Thema. Da sich viele verstellen müssen und ich mich auch manchmal. Schon so unter Freunden und manchmal hat man Hobbys oder Interessen, die vielleicht nicht ganz gewöhnlich sind. Und dann hat man manchmal auch Angst, dass das die anderen halt nicht verstehen und dass man halt anders ist. Ja, man hat, glaube ich, Angst, ausgegrenzt zu werden, weil man andere Interessen hat und es den anderen nicht gefallen könnte. Auch wenn das eigentlich nicht so sein dürfte, weil eigentlich soll man immer das machen, was einem gefällt. Geht's. 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 johnBist. Untertitelung des ZDF, 2020